welcome back ich bin wieder richtig im fifa flohen warum wechselt hier alles so hin und her ja es geht weiter auswärts spiel mit den young boys bern beim fc grottone spricht man die auch so aus ich meine schon auf jeden fall ein italienisches schweizer duell italienisch schweizer duell so sagt man es glaube ich eher ja niemand will hier irgendwie muss die musikstücke hören wir uns später dafür sorgen dass das video gesperrt wird so rein mit uns grottone gegen young boys bern young boys in den letzten vier jahren schweizer meister gewesen dieses jahr sieht es nicht mehr so gut aus dann aus sehr sehr seltsamen liga wenn er mich fragt also die schweizer liga ist schon so eine hat schon so eine wundertüten funktion möchte ich meinen im sinne von oder was hat der wundertüte das ist halt seltsam aufgebaut man spielt quasi vier mal gegeneinander was nur zehn teams die in der schweizer liga drin sind und damit nur schön von august wenn ich sogar von juli bis mehr bis mai spielen kann muss mal vier mal gegeneinander spielen zwei mal auch zu auswärts und zweimal zu hause so was spiele ich hier was spiele ich hier nach schade es wäre auch zu schön gewesen wenn er hier durchgekommen wäre was machst du gleich wieder in schwierigkeiten kommen es kann gut sein dass ich jetzt in diesen sechs parts die ich heute vorgenommen habe aufzunehmen mit noch nicht so gut reinkommen im spiel man das ist auch das relativ entspannte daran dass man quasi keine karriere hat wo man ein verein andauernd betreuen muss man hat halt quasi verschiedene vereine bei dem halt einem keine konsequenzen an gedroht werden wenn man keine ergebnisse liefert jetzt just a game und wir schießen das 1 zu 0 durch ein same sehr schön gemacht ich habe auch ein trikot von den young boys ich war schon mal in bern und ja die schweiz ist ein teures pflaster kann ich euch sagen das merkt man alleine schon an den blöden rooming gebühren bei dem ich irgendwann mal hoffe dass die abgeschafft werden dafür geht es einem touristen die freude daran dieses land dieses schöne land zu besuchen also von der landschaft her kann ich es absolut empfehlen das ist ein traumhaftes land auch die leute sind sehr sehr freundlich in der schweiz und bern ist auch hat seinen ganz eigenen charme das schöne ist auch es gibt in der schweiz eigentlich keine wirklichen großstädte die so aussehen die großstädte sind eher so aus wie kleine städte die halt zusammen zusammengestaucht werden ich glaube die einzige stadt die wirkliches großstädte hat das ist ja genf mit all den internationalen organisationen die da sitzen weil die schweiz ja ein neutrales land ist menschens kinder also was ist wieder mit den stallpässen los ich verstehe es nicht auch mensch das wird so schön gewesen wenn da einigermaßen richtig geflogen wäre aber hat er nicht vorsicht meine güte ganz ganz dünnes eis mein freund wo auch so gibt es eine gibt es nicht es war abseits es war davor abseits weil sonst hätte ich auch mit meter getippt so übrigens keine garantie hat dass ich den auch verwandel vorsicht 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 jetzt hier nichts anbrennen lassen nichts unnötig anbrennen das und hier nicht faul gegeben aber gut hätten so das so einwurf bekommen daher akzeptiere ich das einfach mal so und es gibt wenigstens ein eckball ich zwar ein bisschen gescheiter machen können schon im pass aber meine güte ja so gehen wir wenigstens in diesem spiel mit einer halbzeit führung in die halbzeit die jupieren sammeln ich sehe die werben an den beinen mit huawei also an den hosenbeinen dann geht es also weiter in der zweiten halbzeit da machen wir kurzen prozess draus auf dieser halbzeit pause oder wollte mir dabei zuführen wie ich 15 minuten lang labere bis wir wieder anpfeifen sonst war sehr gut die halbzeit pause würde dann sich genauso kurz gestalten wie die also zumindest im fifa style muss man das ja runterbrechen auf was weiß ich eine minute wenn nicht sogar nur 30 sekunden also passt es eigentlich schon fast wieder und ja immerhin setzt man wieder offensiv für akzente das ist ganz wichtig weil wie gesagt man darf sich niemals auf einem 1 0 ausruhen weil eine dumme aktion und man steht wieder nur bei einem punkt gut gut hätte ich jetzt wieder nach elf meter geschrien aber meine güte wenn du da nichts sieht dann sieht er da eben nichts man kann ja nicht alles sehen komm jetzt lauf doch einfach mal mensch ja und das ist natürlich wieder ein faul ach es ist doch klar meine fresse hat nichts gemacht ich meine das war doch ein ganz normaler zweikampf also wenn wir das mittlerweile ahnden da kann man es komplett vergessen im fußball meine fresse also ich wollte mich heute nicht ausrasten ich wollte heute nicht ausrasten von ball muss übrigens ein sehr schöner name von torwart sehr gut und drüber damit und ach du bist noch ein absoluter nichts nutzt von wobei er macht ja wenigstens seinen job schaut euch mal den den politioten da an was der wieder macht aber gerade eben noch gedacht oh den ball den habe ich jetzt gehalten dann machen wir doch mal so mit einem schönen starken schuss kommen lassen ball wieder zu uns fliegen oder auch nicht meine güte wo ist die abwehr der kann so frei rumlaufen ja toll 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 ich weiß wirklich ist gerade wieder unfassbar auf das ist der zweite part den ich in 40 tagen aufnehmen meine güte das war wieder gar nichts nein um gottes willen das war wieder kurz vor schluss oder was ja sieht aber so aus gibt es einen schweizer ausdruck eigentlich für es läuft nicht meine herz allerliebsten schweizer abonnenten sollte ich welche haben bitte meldet euch ja was soll denn das jetzt schon wieder kann ich irgendwie wechseln nein es wird mir gar nichts empfohlen aber das ist genau das eingetreten was ich vor gesagt habe anstelle vom 20 fangen uns das 1 1 ist es nicht schön ist es nicht toll ich könnte katzen meine güte geht doch dazwischen ja gut es war auch nicht so gut aber im fall kam wenigstens an so so sind wir spiele ich rüber dann ja wohl und ja jeder war im aus okay aber es kann sich so passieren ich denke mal das wird es dann gewesen sein ja 1 zu 1 trennen wir uns mal wieder auswärts also für ein auswärtsspiel ist eigentlich niemals schlecht auch mal einen punkt zu holen ich meine wir stehen erst am anfang von der gruppenphase ja ich hoffe dass das nicht das standardergebnis für die oder das trendergebnis für die nächsten spiele wird warum kriege ich da ich denn nicht ja gut ich bin es vom karrieremodus gewohnt immer ein zweiter zu blättern weil ich kein interview abgeben möchte so dann geht jetzt weiter mit ok das ist schon der nächste spieltag kann das sein es ist überall durch mit dem ersten spieltag ja genau das heißt es geht wieder weiter mit dem kasselpen ist ja auch ein eine gruppe in der wir nur mit einem einzigen klub spielen und ja sind wir mal gespannt also haben da ja mal einen punkt geholt und jetzt geht es gegen heidock split den aktuellen tabellenführer ja spannende sache das bis zum nächsten mal und schau haltet die unstoffe und denkt daran freundschaft ist magie abonnt abonnt Untertitelung des ZDF für funk, 2017